dann weiß das auto jedem möglichen opfer aufgrund von kriterien die ihren beitrag zur gesellschaft einen wert zu leben die andere leben retten werden bevorzugt ach sie an alle sind gleich vor dem gesetz oder so ungefähr wir möchten dass unsere autos für die bestmögliche die bestmögliche auswahl treffen und dafür benötigen sie alle verfügbaren informationen je mehr desto besser das ist ja fast wie mit unseren smartphones heutzutage lüfte das zimmer ist glaube ich auch nehmen hier eine pienfalt störungen möglich ach was auch noch eine waffe daneben was ein dialog oder eine aktion freigeschaltet oft vorteilhaft sorry für die husterei ich hoffe sie geht innerhalb der nächsten zwölf monate ungefähr weg aufräumen wirklich zerbrechen also die medikamente sorgt schon dafür dass der verhaltens störungen kriegt das ist ja schon mal auf jeden fall nachvollziehbar jetzt das sind wieder die abgelehnten nehmen was habe ich übersehen das konnte jetzt nicht sehen was sie da gesehen hatte schade und jetzt zum sport als erstes basketball die hier ist bereiten sich auf ihr wichtiges spiel heute das ist ein nebel weitere 225.000 jobs wurden im oktober in der us-wirtschaft abgebaut laut arbeitsministerium stieg die arbeitslosenquote damit auf 37,3 oder ist fett präsidentin warren sprach heute bei der eröffnung eines neuen cyber life werks bei milwaukee in ihrer rede hob die präsidentin erneut cyber life's rolle bei den großen erfolgen der us-wirtschaft hervor weiterhin gab sie bekannt dass der etat des verteidigungsministeriums für den kauf von 200.000 android kampf einheiten erhöht wurde ansonsten noch hier drin ja die zeitschrift da ist irgendwas mit Seite 1 Androiden Quarterback. Cyberlift passiert Androiden Quarterback Mit über 1500 Spielzügen programmiert Ein Quarterback mit LED könnte schon bald Realität sein Nächste Das war das bevorzugen eventueller Menschentypen, Berufstypen So, und jetzt noch frische Luft reinlassen Hier ist die Steuerung, par excellence Weg da So, haben wir gleich ausgeblendet Dritte geputzt Putze das Bad Na, das ist das Mädelzimmer, oder? Hier war es mal ins Bad Ein sehr besonderes Spiel Ein absolut sehr besonderes Spiel Sortiere Flaschen, wische den Boden Das ist jetzt wohl Sortiere Flaschen Und den Boden wischen Vermutlich hier mit dem Mob Der wilde Mob So ist es recht Also solche Androiden in sicherer Art und Weise zu erstellen und dann für zu Hause als Unterstützung zu haben Muss durch zeitgleich das Sozialsystem angepasst werden, das ist klar Weil sonst gibt es einen Unemployment Rate von 100% mal irgendwann Wenn ich denn hier auf das Kuh komme Gerade eben Da Nein Okay So sehe ich aus Und werde mir über mich bewusst Gut Gut Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen Es dauert nur zwei Minuten, ist das okay Alice? Eher eingeschüchtert Deutet auf jeden Fall auf den Vater Ihre Schatzkiste Sowas sollte man nicht öffnen, denn es ist das Allerheiligste der Kinder Ja das Er ist im Wunderland Mhm Natürlich Ziemlich durch den Wind Kommt ins Bett Kommt ins Bett Ich würde mich mit alles Ah Ah Du liest wohl gerne. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Oops. Ich wollte die Dialog. Oh. 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 Echt genial gemacht. Alter Hund. Irgendwas ist dann mächtig schiefgelaufen. Das war der Autounfall. Okay. Also sie hat im Moment deutlich darauf hin, als wenn sie sie verletzt hätte. Ich trage dort nach neuen Anweisungen. Tja. Klassische Situation. Wand bemalt. Aber sehr süß. Also mir scheint so, als wenn, als wenn irgendwas so heftiges passiert ist, dass Papa auch komplett durchgedreht ist. Ich, ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles mögliche versucht? Was ich auch mache. Jemand kommt mir nicht quer und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe dich doll lieb, glaub mir. Ich habe dich ganz doll lieb. Fertig geputzt. Okay. Ah, Staubsauger nicht aktivieren. Da wäre auch nochmal irgendwas gewesen. Red Eyes. Kara entdeckt einen Weg nach unten. Kara sieht eine Waffe. Na dann. Kann nur besser werden. Auch das ist cineastisch. Mehrere Handlungen gleichzeitig. Super. Neben die Jungs. das sind auch nur androiden ok das bin ich der android im obergeschoss was wir jemand da malen du alter und alter schwede die grafik ist schon atemberaubend muss ich sagen moment da komme ich da unten vielleicht durch es hat sich probiert und die tür offen ist ja sie meinen screen screen line cast ok Erstmal die Seitenmöglichkeiten machen, wo es weitergeht im Hauptstrang. Na da. Wieso Russland ihn will? Bonuskultur. Wieso Banker sich selbst zu viel zahlen? Steht Präsidentin Warren Cyberlife zu nahe? Möglicherweise. Zusätzliche Ethereum-Reserven würden beiden Nationen erlauben, modernere Android-Modelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Dann drücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktis-Region. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Es ist ganz einfach. Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Leben auf dem Titan gefunden. Immer mehr Hinweise auf außerirdisches Leben. Mikroorganismen. Mikroorganismen. Hunderte von Kilometern unter der Oberfläche. In einem Salzwasser-Ozean. Erscheint es möglich, dass Leben im Universum vorhanden ist? Mit Sicherheit. Raum von Androiden. Okay. Okay. Dann gehe ich mal wecken. Ah, da hinten ist eine Tür. Oh. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80 Prozent Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Nicht wahr, Markus? Du vergisst nie irgendwas. Das ist doch hier der Darsteller von Alien, der immer den Androiden gespielt hat. Wie hieß er noch? Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Okay. Eine Reinigungsaktion. Das wäre auch eine große Erleichterung für alle, die Pflegekräfte sind. Keep going, keep going. Okay. Okay. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die eröffnet. Nun, Ihre Retrospektive im Museum für Moderne Kunst. Hm. Der Direktor hat schon viermal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Hm. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Stimmt absolut. Irgendwas von Leo? Äh, dumm-ästisch. Theoretisch darunter. Ah, das ist ja auch ein Aufzug, deswegen. Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Der Android hat sogar ein Drei-Tage-Bart. Sogar ist es da rein animiert. Hammer. Hammer. Ich habe Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Ja, das Frühstück. Das ist mal richtig ins Androiden-Leben reingebracht. Ein wenig Empathie entwickelt für Androiden. Ja, ich meine, jetzt überleg mal, wenn die gegnerische Regierung das ausnutzen würde, würde ich hier die ganzen Modelle hacken und in der nächsten Sekunde sind die anstatt dein Helfer, sind die halt dein Killer. Und wenn jeder mindestens einen Androiden als Assistenten hat, dann weißt du auch, was abgeht. Ja, ich meine, jetzt überlegte ich das. Bishop hieß er bei Dingens. Bishop bei Alien. Er war immer Bishop. Bishop der Android. Danke, Markus. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm, okay, Karl. Schach spielen. Kann ich da? Nee, kann ich nicht. Okay. So, in Shakespeare, Platon. Die Roten sagen mir gerade überhaupt nichts. Ich bin natürlich in der Richtung wahrscheinlich etwas zu ungebildet. Platon. Wählen wir mal Platon. Gute alte Platon. Was liest du? Platons Politeia. Das haben sie mir empfohlen. Und? Was meinst du? Mir gefällt Philosophie, glaube ich. Sie stellt Fragen, die ich nicht beantworten kann. Was richtig und was falsch ist zum Beispiel. Das ist oft gar nicht so einfach zu entscheiden. Es ist menschlich, Fragen zu stellen, auf die es keine Antwort gibt, Markus. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden.